Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie hier gekommen sind. Das ist so eine Ehre. Sie sind großartig. Danke, vielen Dank. Ja, wir haben auch auch so. So rechtmäßig verbundenen E-Leuchten. Liebes Brautpaar, ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zur Erschließung und Bildung einer neuen Familie. In Russland trägt man den Brautpaaren Rat und Liebe zu wünschen. Das tue ich gern und wünsche Ihnen viel, viel Glück und Gesundheit für Ihre gemeinsame Zukunft. Und somit schlage ich vor, unsere Gläser auf ihr wundervolles Leben, wundervolles Leben, zu zweit zu erheben. Ich bedanke mich. In einem Interview sagte er... Danke, wieder schauen.